Moin Freunde und willkommen zurück auf meinem Kanal. Willkommen zu einem kleinen EDC-Update hier bei mir nach erneut längerer Pause. Ja, nach dem Ende der Sommerferien gab es doch deutlich mehr Arbeit als vorher angenommen. Wer hätte es gedacht, sodass meine Aktivitäten auf YouTube ein ganz klein bisschen zurückstehen mussten. Ja, da möchte ich jetzt ganz gerne an die Zeit vorher anknöpfen und jetzt mal wieder ein bisschen Gas geben. Ich habe ein paar tolle Sachen, die ich euch zeigen möchte, die ich euch zeigen kann. Und von daher würde ich sagen, verlieren wir gar nicht viel Zeit und legen los mit einem kleinen EDC-Update. Das ist entsprechend auch schon lange her. Und ausnahmsweise hat sich bei mir nochmal ein bisschen was getan. Ja, jetzt ist die Frage, in welcher Reihenfolge ich das mache. Ich fange einfach mal mit dem an, was ich euch gerade nicht zeigen kann, weil ich damit filme. Das ist meine Xiaomi 13 mit der fantastischen Leica-Kamera. Die letzten Fotos, die ich draußen so gemacht habe in den letzten Wochen, da waren ein paar dabei, die mich unfassbar überrascht haben, wie gut die doch geworden sind, gerade nachts. Ganz hervorragende Qualität, falls irgendjemand Interesse an dem Gerät hat oder sich nähere Infos holen möchte. Ich werde mal versuchen, den Großteil dessen, was ich euch jetzt zeige, soweit es irgendwie möglich ist, unten zu verlinken. Das ist ein bisschen Arbeit. Vielleicht habe ich die Links nicht direkt mit Veröffentlichung des Videos drunter. Aber ich werde mich darum kümmern, dass der Großteil dort erscheint. Und Geldbörse birgt vielleicht am wenigsten Überraschungen, denn da bin ich nach wie vor mit Feuerware unterwegs. Ich mag die Teile. Das ist jetzt die kleinere. Die ist gerade nicht im Einsatz. Im Einsatz ist die etwas größere. Den Modellnamen habe ich leider gerade nicht parat. Ich zeige euch die jetzt stellvertretend. Cooles Zeug. Ich mag nach wie vor den Upcycling-Gedanken unheimlich gerne. Ja, ich komme unterwegs nicht oft dazu, mal Musik zu hören oder sonst was. Ansonsten habe ich natürlich immer ein paar Kopfhörer parat. Das sind aktuell die Xiaomi Buds 4 Pro, glaube ich, sind das. Ein recht teurer ANC-Kopfhörer, also das Active Noise Cancelling. Das hat mich so dermaßen überzeugt bei denen, dass die dauerhaft geblieben sind. Ich habe vorher immer eher günstigere China-Kopfhörer, verschiedene Marken, mal durchprobiert. Die waren klanglich alle gut. ANC hatte keiner. Da gibt es ja auch massive Unterschiede. Es gibt auch günstige Kopfhörer, die es schaffen, Außengeräusche ein Stück weit auszublenden. Aber diese haben mich so dermaßen überzeugt. Die sind geblieben. Und gerade wenn man so abends noch eine kleine Runde dreht, dann muss ich sagen, sind die ein wahnsinnig toller Begleiter. Meine Armbanduhr. Welche Überraschung. Ist nach wie vor die Citizen Promaster Marine Titanium. Tolles, tolles Teil. Nicht wundern. Die ist jetzt tatsächlich noch nicht auf Normalzeit umgestellt. Die steht noch auf Sommerzeit. Und ich habe sie tatsächlich zuletzt auch gar nicht so oft getragen. Aufgrund der Lichtverhältnisse, würde ich mal sagen. Ich lege die jetzt mal auf das Portemonnaie. Okay, dann blendet es im Glas nicht so sehr. Denn zuletzt oft am Handgelenk. Und das hat auch wieder den einfachen Grund, dass ich nach wie vor ein Schlaftracking mache. Das ist dann aktuell, dass die Xiaomi, nee Redmi Watch 4 ist das, glaube ich. Ihr merkt schon, Xiaomi und Redmi gehört ja zusammen. Das zieht sich bei mir so ein bisschen durch. Ich habe mehrere Sachen, Saugroboter, Ventilator, also unheimlich viele Sachen von Xiaomi. Wenn ihr jetzt ein Flackern bemerkt, das ist tatsächlich einer meiner Softboxen. Die hat ja Anfang des Jahres, beziehungsweise im Frühjahr irgendwann schon mal so ein bisschen vor sich hingehimmelt. Und die flackert auch gerade wieder so ein bisschen. Ich denke mal, da werde ich über kurz oder lang auch mal tätig werden müssen und dort Ersatz suchen. Ja, ich habe es ja immer gern gemacht, die Messer zuletzt zu zeigen. Das möchte ich heute mal ein bisschen anders machen. Denn ich habe nach wie vor zwei Sets. Und das sind diese beiden von Falcon Leather Goods bestückten vom Stoyan, die ich abwechselnd im EDC-Einsatz habe. Lampe ist jeweils die Raylight Pineapple Mini Titan. Hier einmal in der ganz normalen, wie nennen wir sie, Checkout Version. Und einmal in der Seigaya, aber die erste Generation. Die zweite Generation Seigaya hat ja das Pattern auch am Lampenkopf und hinten am Tail. Fantastische Lampe, ich liebe sie nach wie vor. Kein Schnickschnack, einfach genau das, was man braucht. Ich glaube, mit dem Lithium-Ionen-Akku, Entschuldigung, Lithium muss man ja korrekterweise sagen, sind das 370 Lumen in der Spitze. Ich bin ganz ehrlich, im Alltag habe ich höchstens den mittleren Modus mal in Gebrauch. Und wenn du nachts aufstehst und, weiß ich nicht, kurz mal das Licht anmachen musst, dann reicht halt auch der Moonlight-Modus. Der ist hier allerdings, glaube ich, auch nicht bei einem Lumen, sondern bei 5, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich bin mir da nicht mehr 100% sicher. Ich bin ja nach wie vor ein Riesenfan von 0,5 oder einem Lumen im Moonlight-Modus. Deswegen, ja, ich glaube, es wäre bei der eben nicht ein Lumen. Die beiden Pens sind tatsächlich hier in dem Fall Big Idea. Das ist einmal der berühmte Auto-Adjust, der zu meinem meistgenutzten Stift mutiert ist in den letzten Monaten. Natürlich sind die Tactile Turnen nach wie vor in meiner Tasche, in der Pouch. Die habe ich auch jeden Tag dabei, aber die zähle ich jetzt mal nicht zu dem, was ich am Mann habe. Da ist es einmal der Auto-Adjust und einmal der Double Side-Click Mini. Der passt halt hier rein, der passt dort besser rein. Hier war der ein bisschen zu lang, da die Öffnung für den Stift unten fehlt. Da hatte ich damals mit dem Storian drüber geschrieben und der hat dann die ein bisschen angepasst, dass der Stift ein bisschen länger sein kann und unten halt durchgeht. Das heißt, der steht oben nicht mehr so weit raus. Und selbst der Mini-Pen, der hat halt hier oben noch ein ganz schönes Stück, was heraussteht. Jetzt ist das nicht so dramatisch, da das Messer fast auf den Millimeter genau so weit raussteht. Aber es ist halt deutlich schöner, wenn der Stift bis zum Anschlag versenkt werden kann. Und du hast halt unten den Abschluss genau mit dem Stift. Der steht also unten auch nicht über. Und wenn, dann höchstens einen Millimeter. Das ist für mich die perfekte Kombination. Allerdings werde ich in Kürze mit dem Storian nochmal ein bisschen was Neues ausbaldovern. Denn bei den Lampen hat sich ein bisschen was getan. Ich habe mir über Selected Lights die Manka E05 II, römisch 2 in der Titan-Version, mit der Nishia 519 LED geholt. Das heißt, das ist das warmweiße Licht. Wesentlich, wesentlich angenehmer als das kaltweiß. Und allerdings auch nur, in Anführungszeichen, nur 800 Lumen anstelle von 1300. Aber ganz ehrlich, die 800 Lumen sind für den Alltag mehr als genug. Gerade wenn es wirklich stockfinster ist, dann willst du gar keine 800 Lumen einschalten. Das ist definitiv schon zu viel. Ich mag den Formfaktor, auch wenn sie ein Stückchen dicker ist als die Raylights. Ich kann das natürlich auch gerne nochmal zeigen. Wir haben dann auch 14 500er Akku anstelle von einem 10 440. Ja, direkt mal zwei, drei Sätze noch dazu. Ich habe direkt die ersten Bilder bei Instagram gepostet. Und der Jojo von Selected Lights, der Jürgen, hat auch direkt reagiert, hat mich angeschrieben und hat gesagt, hier die über USB-C aufladbaren Akkus, die kommen jetzt auch in der 10 440er Größe, also AAA, für die Pineapple Mini. Sehr, sehr geil. Ich hoffe, dass ich euch die dann demnächst zusammen mit der Lampe auch nochmal genau zeigen kann. Die haben immer ein ganz klein wenig weniger Kapazität. Es geht natürlich durch die Ladefunktion auch ein bisschen Batteriegröße verloren oder Akkugröße verloren. Dementsprechend ist das so eine Kleinigkeit, die man in Kauf nehmen muss. Aber ich mag es halt total gerne, wenn du schon keine Ladefunktion in der Lampe hast und die haben weder die Raylight noch die Manka oder Manka. Dann ist es halt cool, wenn du den Akku extern laden kannst. Und da eine Powerbank ja mittlerweile fast schon zum guten Ton gehört, irgendwo im Rucksack oder irgendwo im EDC, hast du in der Regel dann auch das USB-C Kabel und kannst dann entsprechend auch mal den Akku der Lampe laden. Ja, zum ersten Taschenmesserchen. Ich habe tatsächlich das Ace Farley nochmal reaktiviert, in Anführungszeichen. Das ist eins der beiden Taschenmesser, die ich einstecken hatte, als ich meinen Motorradunfall hatte. Und eigentlich war der Plan, dass ich das Farley in Rente schicke und nicht mehr mitnehme. Allerdings mag ich sowohl die Größe als auch die Schneideigenschaften dieses Messerchens. Eigentlich ist es ein Dreifingermesser, aber es ist halt klein, es ist leicht, es hat für die Größe eine ziemlich lange Klinge. Die Verarbeitung ist hervorragend, es ist ein Slip-Joint und es ist grünes Mikata. Ich konnte halt nicht lange ohne, von daher ist auch dieses dann mal wieder ins EDC gerutscht. Ja, und das in Anführungszeichen neueste Teil, neben der Manka, ich muss mich da mal für einen Weg entscheiden, ist das MKM Malga, das müsste das Malga 6 sein, Titan-Griffschalen. Hier geht ein ganz, ganz lieber Gruß raus an den Ritchie. Das habe ich nämlich vom Richard Scholz, Tools for Gents. Danke dafür, großartiges Teil und eine wunderschöne Erinnerung an das Wochenende mit dem Messerstammtisch im Schwarzwald. Großartige Nummer, es waren tolle, tolle Tage mit euch. Und ja, im Grunde haben wir so ein bisschen Messer getauscht, könnte man sagen. Ich habe sowohl dem Dirk als auch dem Ritchie eins von mir in die Hand gedrückt und der Ritchie hat mir dieses MKM dann im Gegenzug quasi im Tausch überlassen. Das heißt, es war dann im Endeffekt nicht geschenkt. Das soll ja Unglück bringen, sondern es war dann ein Tausch. Ich glaube, das geht in Ordnung. Darüber werde ich natürlich nochmal ein separates Video machen. Aber zwei Dinge, nee, eigentlich sind es drei, sind mir an dem Ding halt besonders wichtig. Zum einen natürlich die wunderschönen Titan-Griffschalen, die schon so ein bisschen Just-Look haben. Der Richard hat das Ding auch genutzt. Der Korkenzieher hatte, glaube ich, sogar schon mal ein bisschen gelitten und war schon mal ein ganz klein bisschen aus der Form geraten. Aber das sieht alles sehr, sehr gut aus. Das ist wahrscheinlich auch das Tool, das ich am wenigsten brauchen werde. Also Nummer eins, Titan-Griffschalen. Nummer zwei natürlich, Klingeln M390. Die hat natürlich auch schon ein paar Gebrauchsspuren. Auf der Rückseite ist tatsächlich auch ein etwas größerer Kratzer, beziehungsweise zwei. Ja, aber was dann so genial ist, die hat eine Swatch auf der Rückseite. So, jetzt ist ein Licht komplett aus. Ich hoffe, wir können trotzdem noch genug sehen. Ja, mit Swatch M390, größer als die Klingen vom Victorinox. Das ist natürlich absolut genial. Und ja, der dritte Punkt, die Pommesgabel. Ja, das war eigentlich so das erste Teil, wo ich drauf aufmerksam wurde, dass hier eine Pommesgabel an Bord ist. Und das finde ich absolut großartig. Und die wurde auch direkt am nächsten Tag noch im Bogensporthotel, wurde die auch eingeweiht. Und richtig, richtig tolles Teil. Ich liebe es über alles. Das MKM Malga 6 in Titan. Ja, das waren die Taschenmesser. Allerdings habe ich auch regelmäßig noch ein kleines Fix in der Hosentasche. Kurz zuvor möchte ich aber euch noch zwei Accessoires zeigen. Ich habe mir nochmal zwei Ringe gekauft. Der eine ist in Titan. Der andere ist in Wolfram. Das Witzige ist jetzt, der Titanring ist ein bisschen breiter. Ich glaube, der ist 10 mm, der ist 8 mm. Trotzdem ist der Wolframring ungefähr dreimal so schwer wie der Titanring. Das hört man wahrscheinlich auch. Jetzt ist das Licht doch wieder weg. Das könnte jetzt noch so ein bisschen hin und her gehen. Ich kann jetzt gerade leider nicht eingreifen. Also Ringe, je nach Stimmung, der eine oder der andere. Ich mag sie beide sehr, sehr gerne und sind auch super erschwinglich. Ich glaube, die lagen beide um 20 Euro rum bei Amazon. Auch da kann ich gerne nochmal einen Link drunter packen. Wie gesagt, vielleicht sind nicht alle Links direkt dort. Aber ich werde versuchen, das in irgendeiner Form in den nächsten Tagen dann einzupflegen. So, zu den kleinen Fixed. Ja, mein Highlight des Jahres wahrscheinlich. Das Big Idea Lookout. Damit, ja, das dritte Big Idea Produkt auf dem Tisch. Die Kydex mit dem 3D-gefrästen Titan-Clip ist schon eine geile Sache, auch wenn der vielleicht ein Hauch zu stramm ist. Wenn du eine Jeans mit einem dicken Stoff, einer dicken Naht an einem Hosentaschen-Saum hast, dann ist das schon schwierig, den drüber und auch vor allem nachher wieder runter zu kriegen. Aber, dass zum Beispiel die Linkshänder-Scheide direkt mitgeliefert wird, ist bei dem Teil eine absolut großartige Nummer. Also von daher, ja, auch hier ist es, glaube ich, M390 als Stahl, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich weiß gar nicht mehr, wo es gemarkt war. Es war auf jeden Fall irgendwo gemarkt. Es war nicht MagnaCut, sondern M390. Ja, ist aber auch egal. Ich liebe beide. Und von daher, tolles, tolles Teil. Und dann, zurück aus dem Spa bei Alex. Ja, damit jetzt natürlich wieder ganz weit vorne im Kampf um den Thron. Mein AK1, entschuldigt bitte, es sind auch hier ein paar kleine Spuren drauf. Der Alex hat mir einen Regrind gemacht, satiniert. Das Belt Satin ist einfach ein Traum. Das sieht so wunderschön aus. Ich hoffe, das kommt einigermaßen über die Kamera rüber. Und ich habe mir dann noch einen Swatch-Grind gewünscht. Wie sollte es anders sein? Und jetzt habe ich diesen ultradünnen, wunderschönen Satin-Grind mit Swatch. Und ja, das macht das Ding einfach nochmal geiler, als es vorher schon war. Das ist jetzt so ultradünn. Ich würde fast sagen, das fühlt sich an wie papierdünn. Ich bin auch ziemlich sicher, dass die Stärke hinter der Phase knapp unter 0,2 Millimeter liegt. Also wirklich papierdünn. Die Phase ist absolute Perfektion. Das werde ich auch dann in Ruhe nochmal in einem eigenen Video zeigen. Der Alex hat mir nämlich noch was mitgeschickt. Und ja, das gibt dann so einen kleinen Alex-Krämer-Lobgesang auf ein, zwei oder drei Videos verteilt. Freut euch mal darauf. Da habe ich ein paar coole Sachen, die ich euch zeigen kann. Ja, das ist dann aktuell das, was bei mir zur Auswahl steht im EDC Richtung Halloween 2024. Ja, die Änderungen sind nicht groß. Im Großen und Ganzen, habe ich ja schon mal gesagt, fühlt es sich für mich auch an, als sei ich irgendwie angekommen. Als hätte ich meinen Weg gefunden. Als müsste ich nicht mehr viel rumprobieren. Ich bin ziemlich glücklich mit dem, was ich habe. Wie gesagt, für die Manka werden wir uns noch was einfallen lassen, der Stojan und ich. Da werden wir noch ein bisschen rumtüfteln. Und dann eine der Pouches nochmal ein bisschen anpassen. Vielleicht dann auch nochmal ganz andere Farben wählen. Mal schauen, was uns da so einfällt. Denn da möchte ich eine haben, die dann auch ein etwas, vielleicht ein ganz klein bisschen größeres Messer aufnehmen kann als die beiden. Denn, vielleicht habt ihr es mitbekommen, meine nächsten Messermodelle sind unterwegs. Sowohl das Queen Anne's Revenge, ein wunderschönes Slip Joint. Zunächst mal in einer ganz, ganz streng limitierten Crystal Ice Titanium Variante. Da freue ich mich riesig drauf. Aber worauf ich mich vielleicht noch mehr freue, das ist das Rackham Jack. Ein Full Titan Flipper, mein erster Flipper. Ja, auch ist es großartig geworden. In den USA ist es schon im Verkauf. Ich habe schon Bilder und Videos gesehen. Neves Knives hat mein Messer reviewt, was ich bis heute nicht begreifen kann, dass das wirklich passiert ist. Ja, also da freue ich mich riesig drauf. Und ich würde ganz gerne zusammen mit der Manka und dem Rackham Jack ein kleines Set gerne auf die Beine stellen. Da weiß ich noch nicht genau, welchen Kuli ich da denn einsetzen werde. Vielleicht kommt dann tatsächlich der Auto Adjust wieder mit rein, weil der einfach fast unschlagbar ist, was die Vielseitigkeit angeht. Das ist im Grunde so, als hättest du eine Lampe, die jede Art von Batterie schluckt. Das heißt, egal wo du gerade bist, ob du jetzt einfach eine ganz normale Standard-Batteriezelle hast oder einen Nickel-Akku oder einen Lithium-Ionen-Akku. Scheißegal. Du hast einfach eine Lampe, die jeden Batterietyp, jeder Größe frisst. So ähnlich musst du dir das bei diesem Stift vorstellen. Egal, welche Mino du gerade zur Hand hast, die wird wahrscheinlich da reinpassen. Und das ist einfach großartig. So, EDC-Update. Wir nähern uns den 20 Minuten. Das wollte ich gar nicht. Es sollte viel, viel kürzer werden. Egal. Ich hoffe, ihr hattet Freude dran. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch nochmal ein kleines Update zeigt, mich verlinkt oder mir den Link schickt in irgendeiner Form. Sei es auf Facebook oder auf Instagram oder sonst wo. Es ist einfach immer wieder schön zu sehen, wie sich eure EDCs entwickeln, was sich bei euch tut, was sich bei euch ändert oder worauf ihr euch vielleicht eingeschossen habt. Finde ich super interessant. Von daher, ja, haut mal einen raus. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten soll es das für heute gewesen sein. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend, wann immer ihr dieses Video schaut. Und ich sage wie immer, wir sehen, hören und lesen uns schon bald wieder. Bis dahin, bye bye.